Hehehehe Außer wir Bayern! BOMBMAN FLEARPOINT! 90.000! Ich kann nicht mehr. Ey, wenn ich den jetzt nicht langsam mal besieg, ey. Ich flipp aus. Aber ich versteh nicht, warum du keine Stage auswählen kannst. Nein, ich kann nicht auf Stage Select gehen. Das frag ich mich halt gerade, warum nicht. Ja, aber ich drück wie blöd, aber es geht nicht. Wieso? Das ist so ein Scheiß. Sonst hätte ich zuerst jetzt Gutsman noch gemacht. Hm. Vielleicht hast du einfach die falsche Taste gedrückt. Quatsch, ich hab nach unten gedrückt. Und ich kann ja nicht mal auf Stage Select drauf. Hm. Weißt du, was das Geiste wär? Was? Wenn jetzt unten nicht belegt wäre bei mir. Das wär geil. Kannst du ja mal gucken. Oh, genau, jetzt werd ich mich treffen. Nee, dann verliere ich kostbare Zeit. Nee, nee. Ich mach dann einfach nicht weiter. Ich passier dann einfach. Nee, nee. Das passt schon. Wenn du meinst. Ach, scheiße. Ich muss da rüber. Stimmt ja. Wenn du meinst. Mir soll es egal sein. Ich will dich eh endlich schaffen. Gut, aber später musst du das ja eh, ne? Ja. Genau. Ja. Treff mich. Genau. Treff mich. Los. Komm her. Glitch nicht mehr aus dem Bildschirm. Da unten ist Leben. Da unten ist Leben. Leben. Kann ich auch mal gebrauchen. Jetzt hat es mich da runtergeglitscht. Wollt mich doch verarschen, ey. Na, ich frage mich schon auf Megaman 2. Ich glaube, ich werde wirklich die ganzen NES-Spiele spielen von Megaman. Ja, ich frage mich weiter. Das schaffst du nicht, glaube ich. Oha, Alter. Bist du dir da so sicher? Ja, da bin ich mir sehr sicher. Warum? Deswegen! Ja. Weil meine Wii gerade runterfällt. Oha. Ich habe es gehört. Mann. Nicht, dass du genauso ausrastest wie der Andreas LP. Glaub mir nie. Niemals. Niemals. So wie der Psycho. Niemals. Autsch. Danke, Bulletin, für den... Ich sag nix. So. Hopp. 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 Ja! Ey, wenn das so weitergeht, bin ich jetzt gleich schon bei Bomben, ne? Ach. Wie viele Bosse hast du down? Ich... Ah, ich schwör dir. Wenn ich dich irgendwann mal seh. Was ja wahrscheinlich auf der Gamescom sein wird. Spätestens. Hähh. Hallerspätestens. Extra live! Extra live! Gib her! Ja... Du hast jetzt nicht ernsthaft noch ein extra live abgestoppt. Doch. Doch. Das Spiel ist so verdammt unfair. Nö, ich find's fair. Ja, das bevorteilt dich. Nein! Oh, knapp. Das bevorteilt dich voll. Find ich schön. Das hatte ich lieber als nicht. So, jetzt hab ich noch mal kurz von wegen Asynchronität und klar. Alle nehmen ja ziemlich lang auf. Ja, das ist wohl wahr. Ich sag nur, weiß noch der Affenboss in Castlevania. Vier Stunden bin ich an dem zurecht. Oh, jetzt bin ich beim Raum verbombt, man. Mit zwei Leben nur. Kannst du eigentlich gleich vergessen, ich hab nur ein Leben. Ja, natürlich. Egal. Oh Mann, ey. Meine armen Zuschauer. Wenn ich Fans wegen dir verliere, weil du besser bist, dann... Ja, was dann, was dann, was dann, was dann, was dann, was dann? Dann wein ich. Okay. Weil meine Fans will ja mich helfen. Sie sind mir nicht treu. Wann wollen wir das Zeug eigentlich hochladen? Du wolltest das doch machen, wenn du lütiges Menschen fertig hast. Stimmt, da war was. Hi, Bombman. Aber das kann ja noch ein bisschen dauern, so wie ich mich kenne. Nein, nein. Ich schau, weißt du was? Ich schau jetzt nach, ob's belegt ist. Okay, die Taste ist belegt. Aber es klappt trotzdem nicht. Bombman ist übrigens das gleiche Geschichte. Und tschüss, Bombman. Und hallo, Wiley. Ich stehe jetzt gerade nicht ernsthaft, 6 zu 1. Doch. Oh, Mann. Ey, ich bin noch ein Frauen, Mega, man. Ich weiß nicht, aber... Sieht schlecht aus für dich. Ja. Ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Pause oder so. Nur so eine halbe Stunde. Also von mir aus können wir jetzt eine kleine Pause einlegen. Erst werde ich noch Iceman besiegen. Jetzt habe ich mir Dr. Wiley mal an. Dr. Wiley, clear point. 200.000. Das ist viel. Oh, ja. Lass mir füllige Gräuße, du Sommer. Augenbrauen auf du. Was? Augenbrauen auf du. Kostock the White is the old mansy summer potato. Bitte nicht. Pass nicht. Wenn hast du wirklich die Stage ist die, die ich denke, dann freue ich schon mal drauf. Ja, tue ich auch. Nein, wirst du garantiert nicht. Doch, weil ich dann nicht besiegen werde. Die Weile ich denke, ist denn meine einzige Chance. Wenn das wirklich die Stage ist, die ich denke, dann Prost Mahlzeit. Ey. Mann, das ist so... Oh, Mann. Gott. Da ich ja weiß, dass sich die... Nein, 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 du bin nicht so dumm, ey. Na, grandios. Wunderbar. Das habe ich schon mal geschafft. Das war kein Problem. Äh. Lebun. Lebun. Okay. Nein, nein. Verdammt. Wieso hüpfel ich da runter? Weil du es kannst. Oh, Megaman, du Gott beschissen. Na, genau. Okay. Ach, scheiß auf dich, Leben. Mir ist ein Schiff runtergefallen. Verdammt. Moment. Moment so. Ab ihn. Na, guten Hunger. Wie? Wie? Ihr fällt da runter. Wie? Hopp. 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 Alles klar geschafft. Okay. Will ich jetzt haben. Aber Iceman ist eigentlich ziemlich einfach, muss ich sagen. Nicht wahr. Was? Nur die Stage-Luss. Bei mir ist das andersrum. Hehehe. Also ich fand den Boss eigentlich relativ einfach. Scheiß aufs Leben da oben. Ey, ich brauche kein Leben, denn ich bin ein Pro. Wenn man ausweichen kann, ist die Stage aber wirklich einfach. Äh, ist der Boss wirklich einfach. Oh Mann! Wieso? Wieso schießt du mich da runter? Ja. Ja. Ich war zu einem Unsichtbarkeitsmodus, aber trotzdem habe ich die Deathspikes getötet. Ja, ist klar. Mh, sicher. Voll fair das Spiel. Es ist mega, man. Nein, da darf man das Wort fair nicht mal in den Mund nehmen. Ah. So, runter mit dir. Nein! 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 Du Scheiße, ey! Wie wir halt alle nur noch am Rumpschreien sind. Oh Mann. Gott, verstandste Scheiße! Warten und tippen! Yes! Nein! Oh, scheiße. Ich gebe dir einen Tipp. Bei der Anfang der ersten Dr. Wiley Stages benutze bei den Gegnern den Ice Beam. Okay. Wie so auch immer. Oh, oh. Huh, bin ich froh, dass ich so gut Button maschen kann. Tja. Das ist so ein Vorteil. Stimmt so. Schießt und jetzt kann ich lieber hüpfen. Okay, gut. Ja, genau. Spawn doch einfach wieder. Wir hatten ja durch noch lange nicht... Nein! Was soll das denn? Nein! Okay, das läuft. Machen wir eine Pause. Machen wir eine Pause. Machen wir eine Pause! Ich brauche jetzt eine gottverdammte Pause! Okay? Okay. Bis dann! Bis gleich! Ich habe keinen Bock mehr! Keinen Bock, 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 Bock mehr! So! Yeah! Ich hab meinen Kummer erschauft in Cola. Und ich hab ein bisschen... Dingens... Chips gepasst. Und bei mir geht es jetzt gleich weiter. Ich kann immer noch keine Steak auswählen. Huuu! Gehen! Ja! Ich finde es so lächerlich. Aber naja. So, das habe ich jetzt auch geschafft. Ist auch kein Problem. Dank der super genialen Eisfähigkeit. Ich liebe die. Oh ja! Die Eisfähigkeit ist echt was Tolles, ne? Hast du jetzt inzwischen eigentlich Platz gemacht oder noch nicht? Nein! Noch nicht! Bin gerade dabei! Mhm. Aber irgendwann muss ich doch mal auch festgehen hier bei mir. Oder? Ahnung. Ich überlege mir so einen kleinen Counter reinzubauen, wie viele Bosse jeder besiegt hat. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja. Ich glaube, ich mache es sogar. Wow! Er ist die Waffe, wenn ich oben bin und in Sicherheit. Ach ja, jetzt kommt ihr tollen Viecher her. So, hier bin ich. Ja, wunderbar. Ah, ich lasse mich natürlich gleich treffen. Oh? Ja, extra Leben! Boah, geil! Nicht ernst, ah! Doch, ich habe jetzt frei Leben. Schade. Ach ja. Ich versuche den jetzt mal aus dem Bildschirm zu glitschen, mal wieder. Na, viel Glück. Und ich schaffe es nicht. Sondern lasse mich treffen. Ach, egal, dann mache ich es auch. Auch wenn ich jetzt die Eisfähigkeit ausgewählt habe, egal. Ich wollte die ganzen Fähigkeiten, die da unten durch muss. Okay. Knack, hoppen. Piu, piu, piu. Zack. Weg. Ich schmeiß dich weg! Einfach so! Boah, boah, boah! Bist du böse! Ja! Boah, ho, 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 ho! Ich muss gleich M aufladen, ey. Gefällt mir gar nicht. Wie, wie aufladen? Man kann in dem Spiel was aufladen? Na klar, du kannst die Waffen doch aufladen. Nein, kann man nicht. Doch! Und wie? Nein! Also, hier ist zum Beispiel den normalen Schuss. Ach so, nein, nicht so aufladen. Ich meine die Anzahl, die du verwenden kannst. Ach so. Na, nein. Hopp, hopp, hopp. Späte Plattformen. Nein! Aber er ist auch fast rangekommen. Mal schauen, ob Feuer was gegen den ausrichtet. Gegen wen? Gegen diesen... Ah, Ficker! Ach, gegen den... Ah, Ficker? Ja, klasse, ich hab noch einen Strich. Kennst du die... Diesen Typen mit einem Auge? Der kotzt mich so davon an! Komm, Alter! Nur, wenn du dich getroffen hast, ne? Ist klar. So, jetzt bin ich wieder in dem... Wie viel Leben hab ich noch? Zwei. Sehr schön. Ja. Ich merke gerade, dass aus irgendeinem Grund mein Arm vibriert. Deine... Ich weiß, dass ich gerade etwas Schönes... Dein Arm vibriert, ja. Wieso nur? Na, ha, 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 ha. Genau, ich stand zwar da oben drauf, aber hey, da denkt sich Mega Man am Scheiß drauf, ich fall einfach runter. Gelb, gelb, das verliert mir auch dauernd. Einfach drauf losballern hier. Das war knapp einer vom, äh, billigen Bill-Bob-Bomb-Dar-Ding ins Kirchen. Kann man Iceman eigentlich besiegen? Ohne Elecman? Ich habe keine Ahnung. Mit Sicherheit, irgendwann. Könntet ihr von da oben auch ein bisschen wieder runterkommen? Das wäre sehr nett von euch. Hallo? Runter nicht rauf, ihr Schwachmaken. Lalalalalalalala. Ey, ey, ich muss mich konzentrieren. Ah. Nein! Wieso hüpfe ich da? Da. Noch mein letztes Leben. Okay. Hüpfen, schießen, 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 schießen. Einfach durchlaufen. Bist du noch da? Ja, klar bin ich noch da. Ja. Ich will, dass auch mal endlich deine Nerven zu Ende gehen. Ich will, dass du... Meine Nerven sind stark ausdehnbar. MMM. Jopp. Wollte ich damit eigentlich deine Nerven angreifen. Hat er nicht wirklich geholfen. Oh, wieso hüpfe ich denn da in seinen... Ja genau, ich hüpfe in seinen...